Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es mal darum, ich habe ja schon ein paar Zeichensachen gemacht, aber nur immer Speed Drawings oder Speed Colorings wie gestern. Schaut euch das Video gerne an. Jetzt geht es aber darum, dass ich mal ein Tutorial mache, Step by Step, wie ihr am besten schattiert. Und ja, ich habe hier noch einen kleinen Gegenstand gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr siehst. Damit kann ich gut vier Ecke zeichnen. Und ja, hier habe ich erstmal, Fokus, ein 5B. Ich weiß, der Fokus ist gerade auf ein bisschen weiter weg. Und ja, ein 5B, dann habe ich hier noch so einen Bleistift und einen Anspitzer. Ja, und ja, erstmal, also ich habe den Stift hier ja schon angespitzt. Ähm, deswegen zeichne ich jetzt erstmal mit diesem Teil, mit diesem Teil, dieses Teils ein Viereck. Und dann zeige ich euch, wie ihr das gut schattieren könnt. Ich habe eben schon einen Versuch gemacht, der ist aber Schrott gegangen, weil es Mikroscheiße war. Ähm, ja, erstmal kommt das Ding hier drauf. Ich wechsle jetzt nach hier vorne. Ähm, und ja, dann nehme ich jetzt hier erstmal diesen Stift und gehe damit ganz vorsichtig um das Teil. Und Ich mache jetzt auch keinen Zeitraffer oder so, damit ihr es alles Schritt für Schritt nachmachen könnt. Das finde ich nämlich eher besser. So, seht ihr das Viereck? Ja, ihr seht, äh, leicht, ne? Äh, ich mache gerade einmal die Sperre raus, dann kann ich gut fokussieren. So, jetzt ist es scharf. Und dann nehmt ihr jetzt mit dem leichten Stift, geht die hier an die Ecke und geht hier an die obere Kante. So, das wird dann später euer dunkler Teil. Und dann nehmt ihr euren 5B-Stift und macht die Kante hier schön schwarz. So. Und dann macht ihr immer weiter hier schwarz. Immer weiter. Und wenn ihr so ungefähr das schwarz gemacht habt, dann werdet ihr ein bisschen seichter. Bisschen seichter. Ich korrigiere das später auch nochmal mit euch. Wie gesagt, kein Zeitraffer, weil ich möchte, dass ihr jetzt alles schön seht. Und ja, ihr seid jetzt immer seichter geworden. Und jetzt gehen wir in den Side-Grip. Ich zeige euch einmal, wie der geht. Ihr nehmt den Stift, Teigefänger hier und dann, dass der Stift so liegt. Und dann macht ihr alles in einer Stärke. Das heißt, ihr legt den Stift so auf. Und ihr legt ihn halt eben so auf und färbt dann alles in genau so einer Stärke. Ihr arbeitet ja beim Schattieren mit Druck. Das heißt, ihr macht hier vorne beim Schwarzen, drückt die zum Beispiel ganz oft Papier und hier legt ihr den Stift einfach nur auf und geht dann da drüber. So. Und dann macht ihr nämlich von hier Druck, Druck leichter. Hier leichter. Und dann werdet ihr immer seichter, sage ich jetzt mal. bis das wirklich hier quasi ein Ausgleich ist. Macht immer leichter. Immer leichter. Und bis ihr dann hier angekommen seid und ich weiß nicht, ob ihr jetzt so gut seht, aber und dann nehmt ihr euren Finger, das ist jetzt noch dreckig von dem Versuch vorher und geht hier so drüber. Man sieht das jetzt hier nicht im Video, aber es seht ihr später, wenn ihr es zu Hause nachmacht oder wo auch immer ihr seid in der Schule. Naja, jetzt gerade nicht reden. Dem Corona-Virus und ja, dann habt ihr es gemacht, dann ist euer Finger schön dreckig, aber und dann müsst ihr hinten so ganz leicht ausradieren und bis ihr dann hier seid ganz ausradiert und dann macht ihr hier einmal ganz leicht. So. Und das ist dann eure erste Schattierungsart. Das könnt ihr jetzt erstmal nachmachen und meinetwegen könnt ihr jetzt gerade zurückspulen und das einmal machen, falls ihr es euch gemerkt habt. Aber ich zeige euch jetzt schon das nächste und zwar macht ihr hier so einen Strich, einen Strich, einen Strich, noch einen Strich, einen Strich, Strich, noch einen Strich, einen Strich, einen Strich und noch einen Strich. Bis ihr das immer so weiter habt. Ich weiß, man sieht es jetzt nicht so gut, glaube ich. und dann macht ihr es hier wieder. Strich, 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 noch einer, immer weiter. Das nutze ich am besten bei einem Kreis. Ich mache auch noch irgendwann ein Tutorial zum Kreis und ja, Leute, ich glaube, das war es sogar jetzt schon und dann würde ich sagen einmal meine Unterschriften erst mal sechs und ja, Leute, das war es dann mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet letztes Jahr einen guten Rutsch und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!